Sonat, die Autopflege und DK, die Sachverständigenorganisation, präsentieren die Formel 1 93. Michael Schumacher, die deutsche Hoffnung im Grand Prix Circus 93. Kann er der Rolle des Geheimfavoriten gerecht werden? Am 28. März seid ihr Leiter bei RTL und bitte bitte auf. Der große Pass von Brasilien, Sonntag ab 17.30 Uhr live nur bei RTL. Die offizielle Version bei einem Segelunfall ertrunken. Ein perfekter Wort, bis Columbo sich einschaltet. Was zum Teufel geht hier vor? Aber sein einzigster Zeuge kann keine Fragen mehr beantworten. Robert Warren in Columbo, Montag 20.15 Uhr bei RTL.